Die dritte Liga live bei Magenta Sport, präsentiert von B-Win. Nach seiner Ansprache hat Lukas Kwasnios gesagt, zwischen meiner Mannschaft und mir passt kein Blatt Papier. Das Team hat es als Aufmunterung aufgenommen und das wollten sie zeigen hier beim Spiel in Meppen. Die erste Möglichkeit, das ist Ole Koiper. Immer noch Koiper im Zusammenspiel mit Gabriele. Und die erste Möglichkeit für die Thüringer Koiper, für den frühverletzten Jannis Kübler in die Mannschaft gekommen. Und Jena machte weiter Druck. Koiper diesmal auf Obermeier. Raphael Obermeier, auch der knapp daneben. Also zur Halbzeit 0 zu 0. Die mitgereisten Fans, die konnten zufrieden sein, denn Jena bemühte sich. Aber in der zweiten Halbzeit zeigte Meppen, dass sie zu Hause auch endlich mal punkten wollen. Das ist Guda. Und das ist der neue Mann. Das ist Valdedrama. Valdedrama. 1 zu 0 für den SV Meppen. Valdedrama. Valdedrama. 64. Minute. Streichzart geht er da über Joe Koppins ins Eck. Und Meppen wollte mehr. Pjosek mit dem Freistoß. Und da ist Commander Koppins. Aber die Szene ist noch nicht vorbei. Dennis Undaf. Nochmal Undaf, aber Koppins sicher. Hier nochmal zu sehen im Fallen. Kein Abseits. Koppins mit einer tollen Reaktion. Und dann Undaf im Nachschuss. Ja, sie wollte nachlegen. Es muss heute ein Sieg her. Hilal Elhelwe. Auf dem Weg. Elhelwe Koppins. Nächste dicke Möglichkeit. Schon in der 82. Minute. Aber wieder dieser Joe Koppins. Nach der Chance von Hilal Elhelwe. Jetzt muss er doch irgendwie rein. Jena versuchte es nochmal. Aber der Konter kam von Dennis Undaf auf Pjosek. Markus Pjosek. Jetzt aber. Rein damit. 2 zu 0. 84. Minute. Her mit den Tänzchen. Tolles Zuspiel von Dennis Undaf und Markus Pjosek. Genau. Rein damit. Aber das war es noch nicht. Es ging noch weiter. Dennis Undaf. Dennis Undaf. Wieder Pjosek. Wieder Undaf. Und da. Und auch der ist drin. Dennis Undaf bebrünt seine Leistung mit diesem Treffer in der 90. Minute. Und wir schauen mal ganz tief in die Gefühlswelt von Jenas Trainer Lukas Krasnjöck. Ich kann nur demütig sein. Dankbar sein für die Unterstützung. Aber schlussendlich von warmen Worten mache ich sie auch nicht glücklich. Sondern wir müssen liefern in Form von Ergebnissen. 6 Spiele ohne Sieg. Kein Auswärtstreffer für Jenas. Und der SV Mippen freut sich. Der erste Dreier zu Hause in der heimischen Arena.